ja und damit herzlich willkommen zu WWE All Stars und zwar Path of a Champion und damit wollte ich euch mal zeigen, mal wieder ein klassisches Spiel zeigen im Bereich Wrestling und ja und auch dass es besser geht wie das letzte Ableger WWE Battleground und damit fangen wir auch gleich an und zwar ja Undertaker wie nehmen wir denn da mal Path of a Champion ist ja so eine eigene Geschichte und da kommen auch sehr schöne Zwischensequenzen übrigens auch dazu noch Path of a Champion gegen den Undertaker wie könnten wir denn dann nehmen also ich würde mal sagen wir nehmen Cain ja ok ohne weitere Worte geht's los willkommen oh yes welcome to my funeral palmer the doors are always open just for you I know what brings you to my mortuary oh yes I know but my friend this is going to be your gravest talent or the death of me I don't know why why would you want to face my Undertaker at SummerSlam the final sound you will hear you will hear ist die Hounds von Hell, für deine Säule. Are you ready? Are you ready to face MY Undertaker? Rest in peace. One Ball! Coming down the aisle, weighing 323 pounds, from Fort Unknown, Keyes! Here comes his opponent, weighing 257 pounds, from Romansdale, Minnesota, Mr. Perfect! Yeah, 10 verbleibende Matches, bis ich auf den Undertaker treffe, und ich hoffe, ich habe es noch drauf. Ich habe ein Probe-Match vorhin mal gemacht, weil ich habe es lange nicht gespielt, das Spiel ist von 2011, WWE All Stars, von THQ damals, den Publisher, rausgebracht. Sehr schön, und auf jeden Fall, alles, alles besser, wie WWE Battleground. Ich hoffe aber auch, ich mache es nicht. Ich bin Kane übrigens. Oh nein, ey. Ich mache tatsächlich am Anfang der selben Luft. Aha. Ich muss erst wieder. Ich muss mich erst wieder reinfinden. Oh nein, Mr. Perfect X, das ist nicht der erste Gegner. Kurze Arme. Endlich funktioniert. Endlich. Oh nein, natürlich. Es ist natürlich. Endlich. es ist ja perfekt. Jetzt reicht es aber mal. Oh nein. ich bin auch nicht der Hauptstadt. Ah, four. Oh, nein, nein. dieser lange jubel ich will auch gibt es ja wohl nicht nein nein macht doch was dagegen nicht schon mister perfect nein 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 stop it please stop it stop it stop the stop it endlich das kann der erste ist besiegt mister perfect gar nicht so einfach gar nicht so einfach geschichte fortsetzen natürlich denkt ihr euch jetzt auf elimination Eddie Guerrero Jimmy Snooker oh Ladies and gentlemen get ready for Friday night Smackdown The following contest is an elimination match please welcome to the arena weighing 323 pounds from port unknown jimmy snooker weiing 250 pounds from the pg islands jimmy superfly snooker weiing 250 pounds weiing 250 pounds and his opponent weighing 228 pounds from El Paso, Texas Eddie Guerrero Guerrero und da geht's auch los auf mich natürlich jetzt weiß ich jetzt weiß ich das was ach Snooker lass mich in Ruhe ach gibt's denn das geht doch mal auf euch los was kann ich denn eine Waffe ziehen hm hm irgendwann ist ja auch mein Hut ein elimination match oh alter lass mich doch mal in die lass mich doch mal in die komm zurück Snooker jetzt mach den sacken zu mach den endlich glaube ich Elimination das bedeutet ja für mich eigentlich so renne ich ok geht rein geht rein Das sieht aber auch grafisch noch sehr gut aus. Oh, lass mich in Ruhe. Ja, natürlich, natürlich. Eddie! Oh, nein! Oh, das gibt es nicht, ey. Er geht mit einigen Schrauben. USA! 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 seedling fish! unity 323 pounds from Fort Unknown, Keyes! Weighing 237 pounds from Sarasota, Florida, Macho Man, Brandy Seven! Weighing 234 pounds from Calgary, Alberta, Canada, Rick Pitman Hart! Here comes his opponent, from San Antonio, Texas, the Heartbreak Kid, John Michael! And so on! And so on! Ja, Reversal! Noch ein Reversal gegen Bret Hart! Und wieso kommen jetzt alle wieder raus? Toll! 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 Es reicht langsam! oh ei 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 1, 2 und 3 9, 1, 2 Ach, Mann! Na! Ach, das gibt's nicht, dieses lange Jubeln, das geht mir auf den Geist, das geht mir richtig auf den Sack. Entschuldigung für meine Ausdrücke, aber das geht mir auf den Pisser. Michael, geh weg von mir! 1, 2, 3 Dittenman Horns Has been eliminated! Macho, noch einmal so ein Fingerstreif, das stimmt. Ach, Michaels, Shawn Michaels, du bist der größte Vollpfosten, lieber. Ja! Wann, 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 wann! Ich verzieh mich lieber, also, das ist... Ist nicht mein erstes Rodeo, das habe ich schon mal gemacht und hab... Nee, krieg gar nicht. Bleibt das Special Evolved? Oh, ey, Macho, This should be great! Oh, he just rocked him right in the face! Yeah, he's mid, he was almost screwed! And then BAM! What a person! Oh, ey macho, edu, jetzt, Miiiine... GODD! Nein, 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 Mr. Michaels Nicht so lang Mann, 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 dieses lange Gejubel Gottseidallah Gottseidallah Oh mein Gott! reicht anstrengend sieben matches gegen den ultimate warrior 1 gegen 1 da bin ich mit einverstanden aber nicht noch mal willkommen zu monday night raw this match is scheduled for one fall coming down the aisle 323 pounds from port unknown key and his opponent making his way down the ramp way und da sind wir auch schon beim match ultimate warrior gegen k zusammenzureißen nicht gleich aufzuregen das ist kein boxkampf mr warrior mann ach mann ne stop das ist furchtbar das ist äh dieses nichts nichts klappt nicht hör auf mich so dumm zu schlagen mein gott okay okay oh das gibt's nicht nicht natürlich nur bis 1 ist ja klar ja ist ja lofisch fahrzeug dieses dummige prügel wie im boxring Ich habe hier kein Boxmatch. Wir sind beim Wrestling-Warrior. Da muss ich es auch so machen. Oh, der versaut einen das wieder. Ja, natürlich, natürlich. Ich war auch gar nicht weit weg. Na, so auf mit jubeln. Ach, das, das. Dieser Jubel, der versaut alles. Stundenjubel. Hätte man das nicht abstellen können? Ach, Gott sei Dank. Ich krieg die Krise. Und tschüss. Mir fehlen die Worte, ey. Ich schwitze aus den Augen. Ich schwitze aus den Augen, ja. Weiter geht's. Weiter. Oh, yes. Willkommen zurück. Willkommen zurück in meine Funeral Parlor. Wir haben dich erwartet. Wir haben dich erwartet. Mein Untertaker hat sich in der Nacht und Nacht gearbeitet. Auf etwas Besonderes. Just für dich. Du magst es? Es ist so schön. We used only the finest materials. We used only the finest materials. You will look so natural. So at peace. Wenn mein Untertaker dich in der Kastik in Summerslam setzt? Ich bin die größte Unforgivende in der WWE. In Summerslam, hell wird es nicht verliebt. Dein Geist wird meine. Und dieses Koffer wird dein letztes Reste. Ihr Zeit ist weg! Oh, ja! Und ich habe bereits den Epitaph für Ihre Tombstone! Hier ist eine andere Vizepräsidentin... ... der Untertaker! Oh, ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Willkommen zu Friday Night Smackdown! Das ist ein Elimination Match! Das ist ein Elimination Match! Making his way down the aisle, Weighing 323 pounds, Report Unknown, T! Weighing 232 pounds, From West Coast, Scotland, Rowdy Roddy Piper! Weighing 249 pounds, From Stone Mountain, Georgia, Jake, The Stake, Roberts! Ja, nur zwei Gegner noch! Nein, nein, sechs Matches noch! Tja, oh, die Peipe! Du willst das nicht! Ja, ich... Oh, Mann! Was habe ich denn gemacht, dass ihr alle auf mich springt? Auf eine Person! Das ist ein Elimination Match! Ich versuche das immer so ein bisschen... von Weitem zu beobachten! Loser! Ich bin jetzt als Loser beschimpft! Nein, macht das mal unter euch aus! Bitte! Bitte greift euch an! Ja, natürlich! Roddy Piper springt genau so! Hey, Leute! Jawoll, ey! Komm! Es ist auch kein Roddy Piper! Jubel noch eine Stunde! Noch eine Stunde Jubel wäre am besten! Und... ...und... ...und nichts! Oh, echt jetzt! Wirklich? Ist das wirklich passiert jetzt? Macht euch selbst fertig jetzt! Oh, mir drehen die Augen schon hier! dass ich weinen müsse oh nein was immer immer eine person macht euch doch fertig das tut euch doch endlich mal immer auf mich nein geh weg natürlich ach komm 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 geh doch mal ein let mich doch mal ein wuhr In den Ring jetzt. In den Ring, Piper. Jetzt reicht es. Ja, ist klar. Oh, komm, ey. Du Stück Scheiße, du. Jetzt geht mir das auf den Sack lang. Mein Gott. Nützt nichts, wenn der Jubel Stunden braucht. Nützt dir das einen Scheiß? Hör auf zu jubeln. Mann, 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 Mann. Stundenjubel. Stundenjubel. Nein, 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 so nicht, Piper. Oh, nein, so nicht, Piper. Ich kämpfe nicht umsonst hier, äh, so wahnsinnig. Ladies and gentlemen, it is now time for Wrestlemania. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the Ring, weighing 323 pounds, from Quartz Unknown, Key. Weighing 540 pounds and standing 7 feet 4 inches tall, from Grenoble in the French Alps, Andre the Giant. Oh, nein, Andre the Giant, ich hab Angst. Ich hab Angst, ich glaube, ich muss erst mal ein paar grundsätzliche Mülls machen. Hey, ich glaube, es ist nicht der eine, nicht. Nein. Jetzt ist es zu. Weil dieser Mann macht mir jetzt gerade Angst. Ah, da ist er schon draußen. Nein, nicht jubelnd. Er macht mir Angst. Oh Gott, er macht mir Angst und kommt mir am leichtesten. Oh, Wahnsinn. Ich habe mich nicht aufgeregt. Das ist nicht zu fassen. Ich entschuldige mich für mein Geschrei vorher. Ich habe es geschafft. Jetzt haben wir, glaube ich, noch vier Matches. Es dürften noch vier sein. Ja, weiter gehts. Meine Damen und Herren, willkommen zu diesem Abendessen. Der Match ist für eine Fall. Der Match ist für eine Fall. Bitte willkommen in der Arena, Weighing 323 pounds, Report Unknown, Keane. Die Runde ist für eine Fall. Und der Weighing 275 pounds, Ja, äh, ja, The Rock, das war The Rock mit den Koteletten und noch etwas kürzerem Paar. Ah. Jetzt habe ich gerade was rausgefunden und schon geht es los, dass es nicht mehr ganz war. Warte, wo den Koteletten? Nein. Wow. Wahnsinn. Ah. Ah, The Rock. Nein, nicht so. Ach, das... Dieses Geboxe, ich hasse es. Ich kann den Scheiß auch. Ich war zuerst. Hm. Hm. Hey, it's definitely on fire tonight. It's going to work, but he didn't. This may prove to be a good one. Two pulls, I'm holding you down. He just rebuffed that with ease. He's got nailed right in the face, eh? Oh, Peter. The tried and true. Oh, oh, oh. This is crazy. He's really on his game. How do you get up from something like that? It's a little fish. He's got on fire. Du blödes Steckscheißer. Nein, ey. Hör doch mal auf. Mann, 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 ey. Irgendwann reicht's aber auch mal. Irgendwann. Das ist echt nur Schluss. 1, 2 und nicht 3. Natürlich. Jetzt ist das... Ich weiß, dass du ihn nicht schaffst. Du bist noch nicht schaffst. Du bist noch nicht schaffst. Ich weiß nicht. Das ist noch nicht schaffst. Es ist noch nicht schaffst. Oh, ist das, ist, ist das jetzt Boxen, oder? Oh, ohne Zögern, Schluss jetzt. Ich hasse das, dieses draufgeboxen, da denke ich mir immer, ah, gut, das ist ein Arcade-Spiel, aber trotzdem. Cain's Einzug habe ich erspielt, Wahnsinn. Ich habe es erspielt. Ich habe es einen Auspann, wie ein 323-Hlbs, von Quart's Unknown, Keeb! Weighing 252 pounds from Victoria, Texas Stone Cold Steve Austin Ja, die eines der letzten drei Matches, bevor ich auf den Underfaker kacke Ist dieses? Ja Manchmal muss ich auch schweigen Ich lerne dazu Versaut Ich glaube, das habe ich ihm versaut Ich habe jetzt auch den Endknopf gedrückt Das Bein war es da Ich habe es gesehen Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das was wird Nein Ah, ich weiß nicht, wann ich diesen A-Knopf drücken soll Es wird wieder ein Boxkampf draus gemacht Oh Bitte Ich hasse das, dieses Bumm, 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 Bumm Immer in die Schnauze Das gibt es doch wohl nichts Anders rumdrehen Nein, wir müssen in der Kiste Das ist das Bumm, Bumm, Bumm Dich, Dich, Dich Hört man meinen Kontroll-Award? Haha, weil der klickt sich laut. Nicht free! Ey, was denn jetzt? What the fuck? Was soll denn das jetzt? Ich habe mehr Energie hier! Nein! Lass mich doch mal zufassen! Zufassen! Oh! Einmal wehre dich doch! Wehre dich! Gibt's das? Gibt's das? WTF und alles! Mir rutschen sämtliche Schimpfborde raus! Oh, den Finisher-Jokeslam von Mel! Schön, dass ich auch noch was freispiele! Weiter geht's! Auf Wiedersehen! Making his way to the ring! Weighing 323 pounds! Report unknown! Key! Ein Steel Cage-Match! Ich komm da nicht weit! Nein! Nein! Ich hab keine Ahnung wie das funktionieren soll! Oh ja, Hogan ist schon klar! Oh ey, es ist kein Box! Kampf! Boom! Ja, ist ja logisch! Hör doch mal auf mich zu boxen! Ich bin zurück! Ah, das ist ein Däuner, Leute! Was ein Hammer! Oh, du hast es! Oh, du hast es! Du hast es in den Kopf mit dem Power Bomb! Die Hand-Präckchen! Die Hand-Präckchen! Die Hand-Präckchen! Und perfekt gestorben! Du kannst es nicht besser machen, Leute! Du hast es nicht gewonnen, Leute! Du hast es nicht gewonnen, zu gewinnen! Oh Mann, ey! Jetzt muss ich konzentrieren! Wumm! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt weiß ich wieder wie es geht. Oh mein Gott, ich glaube nicht. Oh Hogan! Bleib liegen, ich krieg die Krise. Gönnt mir nichts, der gönnt mir jetzt nichts. Auf zu jubeln, hör auf zu jubeln. Auf zu jubeln, auf zu jubeln, jubel nicht mehr so dumm in der Gegend rum und mach nichts. Ach. Oh, das geht nicht so schnell. Ich denke, es geht um die Krise. Hier ist es, Leute. Als wir in Oklahoma sagen, eine Goldwoller Krise. Oh, das wird einen Platz geben. Oh, 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 oh. Blöde Stück Scheiße, du. Du blöder Arsch. Geh jetzt richtig zu dem Typ. Geh jetzt. Oh, wow, he's pulled down from the cage and slammed into the map. It's so close. The winner will make it. We haven't seen the end of this match just yet. We're not tavayin' in there a little while. The tried and true inlock. The delicious backbreaker. Ah, that's a doozy, folks. What a backbreaker. Oh! Dafür, dass ich es nicht mehr wusste, war ich doch gut, oder? Im Gesichtsbuch geht das auf jeden Fall ein. Weiter geht's. Oh, yes, Judgment Day is here. Your casket is finished, just in time for SummerSlam. Just in time for your final day on Earth. You're scared. Oh, yes, I can see it in your eyes. You, my friend, are scared of the great beyond. But the end comes for you tonight, as it comes for everyone. Everyone except my Undertaker. From the moment you chose to challenge me at SummerSlam, your days were numbered. Now your end is here. Do not fear the end. Pray for it, for it is inevitable. Tonight, I will reach into your chest. Tear your soul from your body and cast it into the abyss. And then, I shall place your rotting, putrid flesh in this casket. And you will rest in peace. Ladies and gentlemen, get ready for SummerSlam. The following contest is scheduled for one fall. Coming down the aisle, Weigh 323 pounds, from Fort's Unknown, Keen! And the opponent, weighing 299 pounds, Und jetzt kommen wir zum Championship Match. Undertaker gegen Kane. Undertaker gegen Kane. Undertaker gegen Kane. Ich hab Angst. I can't believe it, he just got out of that. Das ist wieder zu einem Boxmatch ausmacht. Und das ich wieder weggeschubst werde. Und wieder auf den Boden geschlagen werde. Das gibt's doch nicht. Kann sich das doch nicht nur wehren. Ich muss echt aufpassen. Ich muss hier aufpassen, dass ich hier keinen kleinen Fehler mache. Dann geht's wieder gut. Dann muss wieder laut werden. Oh Gott. Was tue ich jetzt schon? Ja. One, nicht drei. Ja. 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 Nein, so nicht. Drauf zurennen und wieder alles kaputt machen. Ich habe auch den Knopf gedrückt. Immer wachen, immer wachen, egal was das jetzt ist. Egal was. Lied auf Assault. Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich, natürlich, alles klar. Oh nein! Nein! Na, das gibt es doch nicht. Wieso währt der Arsch sich so oft? Greif zu richtig. Nein! 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 Ach! No fucking way you beat me now! Wow! He turns it around! And he's up! No! Ha 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 ha! No! Everything! I don't think he's got much left in the paint! Can't agree another word, Gerry. No! Very much at it. And he's out. The Undertale! Oh echt! Machen wir jetzt echt einen Boxkampf draus, du feiges Stück Scheiße, du. Bitte geh doch mal auf die Drei. Ich habe es geschafft, das musste ich jetzt einfach machen, sonst hätte ich verloren. Ich weiß es, was ich verloren habe, ich weiß das. Und nochmal, sorry fürs Fluchen, aber es ist echt schwer eingestellt. Ja, und das war es auch. Und damit möchte ich mich verabschieden. Es gab keine Credits oder so. Und nochmal sehr Entschuldigung für mein Gefluche. Da sind Dinge rausgerutscht. Keine Ahnung, aber das ist halt so. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben es geschafft. Path of Champion und das mit dem Undertaker. Also gegen den Undertaker. Und ja, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr hat Spaß. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ein Abo da zu lassen. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin weg. Tschüss. Tschüss.